Ein Pfandbrief ist von einer Bank begebene langfristige Schuldverschreibung, die durch einen Grundpfand gesichert ist und dadurch ist es ein sicherer Kredit. Ein Beispiel wäre eine Schiffshypothek, wo die Bank das Schiff pfänden kann, wenn der Eigentümer den Kredit nicht bedient. Auch eine typische Immobilienhypothek ist eigentlich ein Pfandbrief, da wenn man das nicht zurückzahlt, kann die Bank einem aus dem Haus werfen und das Haus danach verkaufen. Das also ganz kurz zum Thema Pfandbrief.